Ich zeige euch heute mal vier Akku-Fahrrad-Lampen von Lisein. Die sind relativ neu und viele von euch hatten angefragt, ob ich die nicht auch mal testen könnte, weil die relativ viel Licht erzeugen und ich finde sie zugegebenermaßen auch recht interessant. Ich zeige euch heute mal die Ausleuchtung von den vier Lampen, zeige euch mal die Gemeinsamkeiten und aber auch die Unterschiede und auch ein paar Messwerte zum Lumenwert und der Akkulaufzeit zeige ich euch natürlich wieder. So, dass ihr am Ende von dem Video entscheiden könnt, ob eine von diesen Lampen von Lisein das Richtige für euch ist. Ja, diese vier Lampen haben alle auch das STVZO sogar im Namen. Das heißt, die sind in Deutschland zugelassen, haben eine entsprechende Prüfnummer. Ihr könnt sie auch in Deutschland legal im Straßenverkehr einsetzen. Und vor allem stellt das eben auch sicher, dass die Lampen den Gegenverkehr nicht blenden, das Licht also auf die Straße werfen und nicht irgendwo wild in der Gegend rum verteilen. Ja, wir fangen einfach mal kurz mit dem Gehäuse einfach an. Ich zeige euch das mal kurz. Die Lampen haben ein schönes Alugehäuse, also besteht komplett rundherum aus Alu, außer der hintere Teil, der ist aus Kunststoff. Das Gehäuse bei den vier Lampen sieht auf den ersten Blick erstmal relativ gleich aus. Kleine Unterschiede gibt es aber. Wenn man hier mal die 300 Plus und die 400 Plus vergleicht, die haben im Prinzip das gleiche Gehäuse. Die 300 Plus hat aber die Kühlrippen obendrauf nicht. Die 400 und die 500, die sehen dann wirklich identisch aus. Und die 600 ist nochmal ein bisschen anders. Das Gehäuse hat ja erstmal den gleichen Durchmesser, ist allerdings ein kleines bisschen länger. Auch im Inneren unterscheiden sich die Lampen ein bisschen. Die Akkukapazität, die der Hersteller angibt, die ist ein bisschen unterschiedlich. Blende ich euch hier mal ein. Bei den teureren Lampen ist der Akku ein bisschen größer. Entsprechend unterscheiden sich auch die Gewichte. Also die, besonders die 600 Plus ist ein bisschen schwerer. Die 300er ist ein bisschen leichter. Ja, bedienen könnt ihr die Lampe, wie das so eigentlich relativ typisch ist. Oben habt ihr einen Einschalter. Ein langer Druck schaltet die Lampe ein. Dann könnt ihr mit einem kurzen Druck die Leuchtstufen durchschalten. Die 300er und die 400er, die haben zwei Leuchtstufen. Die 500er und die 600er, die haben vier Leuchtstufen. Bei den 500er und 600er Lampen könnt ihr auch einen sogenannten Race Mode aktivieren. Dazu, wenn ihr die Lampe ausgeschaltet habt, drückt ihr sehr lange, also ich glaube fünf Sekunden oder so, auf den Taster. Dann wird der Race Mode aktiviert. Dann habt ihr nicht mehr vier Leuchtstufen, sondern nur noch zwei. In den Einschalter ist auch eine Akkustanzanzeige integriert. Also der leuchtet, wenn er eingeschaltet ist, grün, gelb oder rot, je nach verbleibenden Akkuladestand. Ist jetzt nicht die allergenauste Anzeige. Gerade bei den teureren Lampen wäre es eigentlich schön, wenn man dann noch eine bisschen genauere Anzeige hätte. Aber passt schon. Ja, nachladen könnt ihr die Lampen hier unten an einem Ladeport, der unten an der Lampe ist. Ist unter so einer kleinen Gummiabdeckung. Schön finde ich, dass das hier ein USB-C Anschluss ist. Bei Fahrradlampen ist ja immer noch Micro-USB sehr verbreitet. Aber langsam setzt sich auch hier USB-C endlich durch. Die Halterung der Lampen ist hier so eine Silikonhalterung, die unten befestigt ist. Die wird dann um den Lenker gelegt und da nach hinten geschlossen. Da man hier hinten an diesem Haken, wo man die dann einhakt, recht schwer rankommt, ist vom Hersteller vorgesehen, dass man die auf der Halterung so dreht. Dann am Lenker befestigt, da kommt man an den Haken gut ran und dann die Lampe wieder zurückdreht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Je nach Platzverhältnissen am Lenker kann es aber auch sein, dass das nicht gut funktioniert. Also wenn man da wenig Platz hat, klappt das so nicht. Aber ja, auch dann kriegt man es hin, die Lampe zu befestigen. Ja, solche Spannhalterungen aus Silikon sind immer so ein bisschen Geschmackssache. Vorteil ist, dass man sie schnell anbringen kann, nicht erst irgendeinen Halter am Lenker anbringen muss. Bei der 600er ist die Halterung noch ein bisschen anders. Da sieht man hier, das Band ist ein bisschen länger und hier ist noch so ein Aufsatz drauf. Der verbessert für diese etwas schwerere Lampe den Halt auf dem Lenker ein bisschen. Je nachdem, was man für eine Lenkerform hat, kann es aber auch sein, dass es besser ist, man nimmt diesen Aufsatz hier ab. Also zum Beispiel, wenn man keinen runden Lenker hat, sondern irgendeinen Aero-Lenker, dann macht man es doch besser ab. Dann sieht die Halterung wie bei den anderen Modellen auch aus. Muss man so ein bisschen ausprobieren, was am eigenen Lenker besser funktioniert. So, kommen wir jetzt aber mal zu ein paar Messwerten. Der Lumenwert, den der Hersteller angibt, der ist ja bei den Lampen schon im Namen enthalten. 300, 400, 500 und 600 Lumen. Der Lumenwert gibt an, wie viel Licht eine Lampe insgesamt erzeugt. Den Wert messe ich ja selber auch immer mit meiner selbstgebauten Ulbricht-Kugel und den habe ich hier für die Lampen natürlich auch mal gemessen. Und zwar nicht nur einen Wert am Anfang, sondern über die gesamte Akkulaufzeit. Und den Verlauf seht ihr hier mal. Den Anfangswert, dass der die Herstellerangabe hier teilweise nicht ganz erreicht, das solltet ihr echt nicht überinterpretieren. Meine Messeinrichtung, die ist nicht so super genau kalibriert. Also zum Beispiel bei der 600 Plus, da ist mein Wert hier am Anfang nur ein bisschen über 500 Lumen, statt die Herstellerangabe von 600 Lumen. Da kann ich jetzt aber echt nicht genau sagen, ob das Messabweichung ist oder vielleicht auch ein bisschen Serienstreuung, wie auch immer. Also nicht überinterpretieren. Interessanter ist aber allerdings der Verlauf. Und da bin ich ehrlich gesagt leider ein bisschen enttäuscht. Ihr seht hier, der Wert fällt eben über die Laufzeit doch deutlich ab. Und nein, das ist nicht normal. Fast alle anderen Akkufahrradlampen, die ich so mal gemessen habe, halten den Wert ziemlich gut konstant. Hier dieser kleine Helligkeitsabfall am Anfang, der ist völlig normal. Der kommt dadurch zustande, dass sich die LED erwärmt und dadurch dann ein bisschen weniger effizient wird. Aber das ist kein allzu starker Effekt. Aber danach fällt die Helligkeit eben bei allen Lampen doch deutlich. Am Anfang hier zum Beispiel bei der 600er hat man eben ein bisschen mehr als 500 Lumen. Gegen Ende der Laufzeit dann gerade mal noch 150 Lumen. Das ist schon eine deutliche Reduktion. Die 400 plus, die grüne Kurve hier, da sieht man, die hält die Helligkeit ein bisschen besser konstant. Aber auch da ein deutlicher Abfall. Ja, muss man selber ein bisschen einschätzen, ob man das okay findet oder nicht. Ich finde es jetzt kein No-Go, aber es muss einem eben klar sein, dass man die beworbene Leuchtkraft nicht über die gesamte Laufzeit zur Verfügung hat, sondern dass es im Laufe der Zeit immer weniger wird. Im Diagramm dargestellt sehen es hier nur die höchsten Leuchtstufen. Wenn ihr die Verläufe auch für die niedrigen Leuchtstufen haben wollt, dann könnt ihr mal auf meiner Webseite schauen. Ich habe euch die Testberichte zu den Lampen in der Videobeschreibung hier auch verlinkt. Da habt ihr für jede Lampe nochmal ein Diagramm mit allen Leuchtstufen drin. Aber dieser Abfall der Helligkeit während der Laufzeit, der ist auch in den anderen Leuchtstufen so. Außer in der niedrigsten Leuchtstufe von der 500er und der 600er, da wird die Helligkeit ein bisschen besser konstant gehalten, aber die ist eben auch sehr dunkel. Ja, auch wenn ich diesen Abfall der Helligkeit nicht so toll finde, muss ich aber trotzdem sagen, eine ganze Menge Licht liefern die Lampen eben doch. Ich mache hier nochmal eine weitere Kurve zum Vergleich rein, und zwar von der Busch & Müller Xon Space. Die kostet so um die 140 Euro, die Super 600 Plus hier zum Beispiel kostet 100 Euro, und die 500er gibt es, glaube ich, für so ungefähr 75 Euro. Also reale Preise, nicht unverbindliche Preisempfehlungen. Und da sieht man eben, ist eben doch eine ganze Menge Licht, was hier von den Designlampen erzeugt wird. Am Anfang ein Stück mehr als bei der Xon Space. Wird dann zwar immer weniger, aber wenn die Xon Space schon längst aus ist, dann leuchten die Designlampen immer noch, wenn auch mit immer geringerer Helligkeit. Bei den günstigeren Modellen, also die 400 und die 300, die sind ein Stück günstiger. Die erzeugen weniger Licht als sowas wie die Xon Space, aber da ist preislich vielleicht auch eher sowas wie die Busch & Müller Xon Rock ein sinnvoller Vergleich. Und ja, auch da schlagen sie sich durchaus recht gut. Ja, wie viel Licht so eine Lampe erzeugt, ist in meinen Augen ein sehr wichtiger Faktor, wie gut die Ausleuchtung ist, aber eben bei weitem nicht der einzige. Licht muss auch gut verteilt werden. Und dafür zeige ich euch jetzt mal ein Ausleuchtungsfoto. Das mache ich ja immer für alle Lampen an der gleichen Stelle, mit den gleichen Kameraeinstellungen, sodass man da auch gut vergleichen kann. Wenn ihr da mal Vergleiche sehen wollt, dann schaut auch gerne mal auf meine Webseite. Da gibt es für sehr viele Akkulampen, Dynamo-Lampen und so weiter mein Ausleuchtungsfoto mit den gleichen Einstellungen, sodass ihr da mal sehr schön vergleichen könnt. Und hier zeige ich euch mal die Ausleuchtung der Designlampen. Hier mal die Ausleuchtung von der 300+, dann die 400+, die 500+, die 600+. Ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied von einer Lampe zur nächsten jeweils, aber jetzt nochmal zurück zu 300+, da sieht man doch durchaus einen Helligkeitsunterschied. Was aber auch auffällt, auf alle Fälle die Ausleuchtung von den vier Lampen ist gleich. Oder fast gleich, einen kleinen Unterschied zeige ich euch dann gleich nochmal. Aber wir nehmen jetzt erstmal das Foto von der 600+, und schauen uns das mal an. Was fällt da auf? Was mir zunächst erstmal auffällt, man hat eine richtig schöne breite Ausleuchtung. Das finde ich auf alle Fälle erstmal eine richtig gute Sache. Hier im Lichtkegel sieht man leider so ein paar Streifen. Das finde ich nicht ganz so schön. Ist ein bisschen unterschiedlich. Der eine findet sowas super störend, der andere findet es nicht schlimm. Ich gewöhne mich da immer nach einer Weile so ein bisschen dran. Ich finde es dann eigentlich nicht mehr schlimm. Aber das muss jeder selber einschätzen, wie schlimm er das findet. Die Ausleuchtung, die nimmt zum Rand hin so relativ diffus ab. Also es ist kein extrem klar abgegrenzter Lichtkegel, sondern läuft so langsam aus. In der Mitte hat man eine etwas höhere Helligkeit, nimmt dann zum Rand hin ab. Auch das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn ein Lichtkegel nicht zu scharf abgegrenzt ist. Aber sieht auch jeder ein bisschen anders. Was hier leider ein bisschen auffällt, ist die Helligkeitsverteilung zwischen Nahbereich und Fernbereich. Da haben die Lampen tendenziell im Nahbereich eher ein bisschen zu viel Licht, im Fernbereich zu wenig. Wenn man das noch ein bisschen gleichmäßiger verteilen würde, hätte man auf alle Fälle noch eine etwas bessere Fernsicht. Ich finde, ehrlich gesagt, auf solchen Fotos hier sieht es immer schlimmer aus, als es in der Realität ist. Also hier auf dem Foto sieht das fast ein bisschen blendend aus, hier im Nahbereich. Ganz so schlimm finde ich das in der Realität nicht. Aber trotzdem ist jetzt zwischen Nah- und Fernbereich nicht die allerbeste Verteilung. So, eins ist übrigens noch bei der 500er und der 600er interessant. Die verändern nämlich in der niedrigsten von den vier Leuchtstufen ihre Lichtverteilung. Da werden nicht alle LEDs, die hier oben im Gehäuse sind, bestromt. Das sind hier sechs LEDs, die bei der 500er und der 600er im Gehäuse oben sind. Und manche davon, also ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube, da werden dann nur noch zwei bestromt in der niedrigsten Leuchtstufe. Jedenfalls geht da der Nahbereich flöten. Ist eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man eben weniger Licht zur Verfügung hat. Also die niedrigste Leuchtstufe, die erzeugt hier nur noch so rund 40 Lumen, hat dafür eine extrem lange Laufzeit. Und ja, das wenige Licht, was man dann hat, leuchtet dann eben eine kleinere Fläche noch einigermaßen hell aus. Also übermäßig hell ist es nicht mehr, aber ich würde sagen, es ist so gerade so noch fahrbar. Sicher nicht mehr allzu schnell, kommt auch immer ein bisschen so auf die Bedingungen an. Ich hatte ja noch gesagt, die 300er und die 400er, die haben eine etwas andere Lichtverteilung. Wenn man nämlich mal hier oben im Gehäuse guckt, die beiden günstigeren Lampen, die haben nur vier LEDs. Die teureren haben sechs LEDs. Und wenn man sich jetzt mal hier das Ausleuchtungsfoto anguckt, hier ist mal die 400er. Und jetzt die 500er dazu. Da sieht man hier, dass im seitlichen Nahbereich bei der 500er ein bisschen mehr Licht ist. Ist nur wirklich ein kleiner marginaler Unterschied, aber wenn man mal drauf achtet, dann sieht man den Unterschied. Ein gewisser Nachteil ist mir hier noch bei der 300er und der 400er aufgefallen bezüglich Leuchtstufen. Die haben ja beide nur zwei Leuchtstufen und die sind doch sehr ähnlich. Also wenn ich jetzt hier zwischen den Leuchtstufen umschalte bei den Lampen, da muss man schon wirklich genau gucken, welches jetzt die hohe und welches die niedrige ist. Da wäre es eigentlich schön gewesen, wenn der Unterschied zwischen der hohen und der niedrigen Leuchtstufe ein bisschen größer wäre. Also sprich, die niedrige Leuchtstufe ein bisschen weniger Licht erzeugt, dafür eine längere Laufzeit hat. Die vier Leuchtstufen von den teureren Lampen, da hat man eben doch eine bessere Möglichkeit, die passende Leuchtstufe immer auszuwählen. Ja, hier vielleicht nochmal ein kleiner Vergleich mit anderen Lampen. Bei den Messungen hatte ich halt schon die Busch & Müller Exxon Space erwähnt. Die können wir ja mal hier mit der Design 600 Plus vergleichen. Hier ist erstmal die Ausleuchtung der 600 Plus und hier jetzt die Exxon Space. Es fällt auf alle Fälle auf, dass gerade die Ausleuchtung im nahen und mittleren Bereich bei der Design noch ein bisschen breiter ist als bei der Exxon Space. Wenn man genauer hinschaut, sieht man allerdings, dass die Fernausleuchtung bei der Exxon Space durchaus ein bisschen besser ist. Das ist bei den neueren Lampen von Busch & Müller generell recht gut gelöst. Die Verteilung des Lichtes zwischen Fern- und Nahbereich, der ist eben relativ ausgewogen. Das schafft das Design hier nicht ganz so gut, ist trotzdem okay, aber die Fernsicht mit der Exxon Space ist hier noch ein bisschen besser. Vergleichen könnte man vielleicht auch nochmal hier die günstigere 300 Plus mit der Busch & Müller Exxon Rock. Die sind auch so in einem ungefähr ähnlichen Preisbereich oder auch die 400 Plus so ist so preislich ungefähr vergleichbar mit der Exxon Rock. Auch da, die Design, die leuchtet im nahen und mittleren Bereich breiter aus, aber auch hier die Fernausleuchtung bei der Exxon Rock ist so eine Idee besser, würde ich sagen. Auch bei der wieder ist eben die Verteilung zwischen Nah- und Fernbereich sehr gut gelungen, was bei den Designlampen nicht ganz dem Optimum entspricht. Ja, ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen helfen, um für euch zu entscheiden, ob die Designlampen eine Option für euch sind. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von den Lampen so haltet, ob die für euch in Frage kommen. Ich finde sie auf jeden Fall eine echt gelungene Bereicherung, sind auf jeden Fall keine schlechten Lampen, können durchaus mit vielen anderen gut mithalten, bieten für den Preis, den sie jeweils haben, eine durchaus sehr gute Leistung. Natürlich ist nicht alles perfekt an den Lampen, aber so ist es eben. Jede Lampe hat ihre Vor- und Nachteile. Ein paar Nachteile gibt es auch bei den Designlampen hier. Wenn ihr noch mehr über Akkufahrradlampen wissen wollt, dann schaut gerne auch mal in dem Video hier. Da habe ich eine ganze Menge Akkufahrradlampen verglichen. Da könnt ihr euch also mal die Ausleuchtung im Vergleich ansehen und so die wichtigsten Eigenschaften. Und auch auf meiner Webseite www.fahrradbeleuchtunginfo.de könnt ihr natürlich immer gerne schauen, wenn ihr was über Fahrradbeleuchtung wissen wollt.